Die werden immer größer. Ne, ja, guck mal, alles geht in den Arsch weiter. Aber ordentlich. Ja. Guck mal, weg, alles in den Arsch. In Elfen ist nur alles in den Arsch. Boah, Autowaschung? Da stehen wir auch immer ganz sicher. Das wird versicherungsfähig sein, Alter. Finde ich aber cool von meinem Arbeitskollegen, dass er mich vorwand, ne? Guck mal, das Auto. Da sieht alles raus. Vielleicht noch mal nach Hause, meine Dachfenster wird mir auch alles im Arsch. Das sind aber auch dicke Dinger, ne? Ja. Alles gut. Ja, das ist schon gut. Das ist schon gut. Ja, das ist schon gut. Das ist schon gut. Ja, das ist schon gut. Ja, das ist schon gut. Ja. Das ist schon gut.